Okay, alles klar bei dir? Ja, wie sehe ich aus? Perfekt. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4. Und Nathan und Sam, wir sind auf die Auktion eingeladen. Also eingeladen sind wir nicht richtig, aber wir wollen hin. Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lange ist es her. Ja, zu lange. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Oh. Victor? Da ruhe mich doch der Teufel. Du kennst doch noch meinen toten Bruder. Ja. Das ist mal eine Begrüßung. Schön, dass du noch lebst, Sam. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Oh, fette Fete. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? Zehn, fünfzehn Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeuge. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, ähm... Was weiß ich wiegt? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Tja, gute Frage. Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach da rauf, kappen das Licht... ...und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusate, Signore. Antipasti? Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Dein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stelle den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschenlieb. Du gehst nach unten und wälzt das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Okay. Dann wollen wir mal... Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke. Liegt bestimmt am Pegasus. ...den Herrschaften folgen. Du glaubst aber auch alles Lippen. Nein. Also ich glaube, ich muss ihm folgen, oder? Victor folgen. Während Sam... ...versuchts einen auf Kellner zu machen. Ein geiler Palast hier. So, Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, ich komm ja schon. Oh, dieser Ort ist chic. Oh ja. Natürlich spielt sie in dummen europäischen Technologie. Okay. Wie ist Biers? Ich würd ja gerne die Feinheiten ein bisschen angucken hier. Aber... ...guck mal. Ja, wenn die. Okay, dann mal los. Na toll. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, das ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Oh, guck mal. Ein Kellner. Habt ihr gesehen? Kiekert hinten links. Ja. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Wo ist der Kellner? Und wie klau ich denn die... Wem klau ich dem... Was auch immer. Scheiße. Ich hab's noch gar nicht versucht. Mein Musik. Komm, 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 komm. Oh, Mann. Ah, jetzt. Ich muss... Ah. Ich muss versuchen, diesen... Kreis irgendwie drin zu halten. Nee, komm, komm, komm. Halt in den Blick. Halt in den Blickfeld. Halt in den Blickfeld. Halt in den Blickfeld. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich karte zwei. Ich mach's sowas nicht. Ich klau keine Karten. Glaube ich. Ich seh gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut. Versuchen wir's nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Was ist das? Ah. Knopf im Ohr. Ist ja cool. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Okidoki. Dann will ich mal gucken. Wo ich hier den Strom ausschalten kann. Moment, kann ich nichts tun? Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal hab ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. Im Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühl mich hier so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte grad zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scorch. Mitten am Eiswürfel. Nicht weglaufen. Nein. Oh, wir laufen nicht weg. Alles mitbekommen. Ja, hab ich. Klingt so, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Na, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört dir nicht dieser Söldner-Armee? Ähm, Coastline? Shawline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man's auch sagen. Zum Glück scheinen sie nicht nachtragend zu sein. Ich wär dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sally. Du, äh, krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Bereit, wenn sie es sind. So, wo müssen wir denn hier hin? Oh, oh, Mist. Gut, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, würd ich sagen. Zumindest im Moment nicht. Na toll. Und zu. Abgeschlossen, klar. Klasse. Plan B. Plan B? Was ist Plan B? Plan B, ich muss gucken, ob ich woanders hier durchkomme. Halt, was ist da? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Schien wir eine Runde Weinfass durch die Gegend. Ne, schau dir das mal. Oh, shit. Hier ist aber finster. Es wär der Licht. Und die Birne war kaputt. Es wär der Licht, doch Petrus fand den Schalter nicht. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Ja. Außer, weil man wegrennen muss. Oh, man. Nämpfen hier drin, werd ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sally fährt. Oh, shit. Hier ist aber fucking dunkel. Wieso geht's da nicht durch? Oh, Mann. Alkazin? Sackgasse. Scheiße. Ja, aber dann... Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Der Faktor ist auf jeden Fall, dass ich mir schon längst die Pfoten verbrannt hätte. Tja. Wo dann? Ist hier irgendwo... War da was? Ist da ein Schlüssel? Nein, da ist nichts. Ist das... Nein, war das das Fass, was wir... Hier geht's nicht durch. Hier geht's auch nicht durch. Ja, brr. Ich hätte gerne einen Hinweis. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Vector mit dem Ross anbaggert? Ich habe schon echt viele Sachen über Ihre Leute gehört. Keine Angst um Sally. Der kann sich aus allem heraus... Da geht nichts. Aber da vielleicht, wo ich da jetzt rumgeschoben habe... Ne, Mama. Was soll denn das jetzt gebracht haben? Jetzt haben wir hier das Fass durch die Gegend geschoben, zum wiederholten Mal. Vielleicht hätte ich es rausziehen müssen. Oh Mann, ist das hier dunkel. Ne, von da bin ich gekommen. Das ist jetzt aber echt mysteriös. Aber irgendwie... Muss ich ja... Vielleicht hätte ich das Fass auch zu mir ziehen müssen. Wo war denn das blöde Fass jetzt? Vielleicht, wenn ich das Fass ziehe, kann ich auch ziehen. Wenn ich das mal ganz weit nach vorne ziehe. Das ist ja ein mächtiges Fass. Nö. Wenn ich jetzt da rumgehe. Ach, guck mal, dann komme ich doch da dahinter. Oh, hier ist es zugemauert. Klasse. Ich bin jetzt schon kein Fan von dem Weinkeller. Kann ich das schieben? Ne. Schieben kann ich es nicht, oder? Nein, also ziehen. Alles, was du nicht schieben kannst, musst du ziehen. Hey, laufe ich hier nur im Kreis rum und schiebe hier Fässer durch die Gegend? Jetzt habe ich doch das hier irgendwo weggeschoben. Ach, guck mal, jetzt kann ich da durch. Und du? Kann ich da durch. Geh entlang. Gib mir mal Licht. Da ist zu. Sieh mal, die Lüftung, da geht's raus. Ja, finden wir was zum Draufklettern. Ja, finden wir was zum Draufklettern, ist gut. Zieh mal das Fass doch einfach mal hier rüber. Okay, du musst mir nicht helfen oder so. Ich habe das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Immerhin, ne? Ich glaube, ich bin platt. Okay, komm, hier geht's hoch, oder? Okay, dann mal rauf. Okay, hier. Enger als es außer, was? Und staubiger. Das ist es. Oh, was du? Das ist es. Oh, das ist es. Das ist ein paar Mal. Ja, immerhin, da sind ein paar Kellner. Geht's denn hier wieder raus? Ich kledere einfach mal weiter hier durch. An den Weinkellner, Weinkellner, Weinkellner. Hier geht's auch nicht raus. Ah, hier, oder? Oder? Weiter oder vor? Was, hinter dir? Wo ist er denn? Wollen wir mal, vielleicht kann ich das blöde Ding hier wegziehen. Wo ist er denn jetzt? Ach, der ist da. Ah, Teamwork. Okay. Da hab ich auch raus? Oder soll ich hier den ganzen Tag hängen? Okay. Wann hauen die da? Oder kommen da noch mehr? Ja, komm, lauf mal hinterher hier. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Mobilfunkmast? Was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Toll. Wo bist du hin? Da ist doch irgendwie also. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Ich stehe mal die Leiter runter hier. Danke. 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 Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zur Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully? Bist du da? Ist bestimmt kein Empfang. Geht's ihm gut? Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Na, klasse. Was ist denn? Ah, hier. Da ist doch nochmal eine Leiter. Sagt, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Okay. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Okay. Komm. Hoch. Hast du's? Lass es. Oh, mach das Ding, klar. Vorsicht. 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 Buena sera. Ma, que stas facendo? Autsch. Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunsiedeln in Unterwäscher aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Ha. Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. 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 Okay, ab in den Maschinenraum. Wo ist der Maschinenraum? Alles klar, Sam? Ja. Nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Herrlich? Andere Länder haben zu besitzen. Wo war dieser blöde Maschinenraum? Ja, weil wen Italien sind. Kapiert. Okay. Ich geh zurück in den Ballseiten. Also. Ist noch hoch. Ist noch hoch. Sam? Sally? Kein Empfang. Ich krieg hier keinen Empfang. Und hab keinen Plan, wo ich lang muss. Tja. Jetzt muss ich überlegen. Wir müssen irgendwie... Irgendwo hoch. Ich brauch mal eine Aussicht. Damit ich weiß, wo dieses... Dieser blöde Funkmast war. Ah, hier komm. Hier kann ich doch hoch. Hier können wir doch hoch. Kann ich hier irgendwo rein? Wir kommen hier nirgendwo rein. Na, ich glaub, da geht's nicht lang. Da muss ich rüber. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Müsste. Uff. 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 Ich bin nicht mehr in der Nähe vom Maschinenraum. Halleluja. Ich muss woanders hoch. Wow, 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 wow. Das war... Uff. Okay. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Also, an diese Teile da drüben? Tatsächlich. Also. Wenn ich mal noch hoch gehen. Oh. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Wir sind auf dem Dach. Und können hier... Wo lang? Scheiße. Entschuldigung. Ihr habt mich jetzt nicht gehört. Ach, doch da. Na, Tom. Uff. Ne, jetzt geht wieder das los. Jetzt, wie war schwingen wieder? Nein, so war nicht schwingen. So war schwingen. Uff. Oh, shit. Shit. Und nun? Nein, wir hatten einen Monat lang kein Land. Ich bin abgerutscht. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lange ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tod raus? Ja, so eine Kacke. Das letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Und wer ist das? Mr. Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das hier? Okay. Zehn Jahre? Zwölf? Fünfzehn. 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 Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja. Ja. Als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber, ähm... Nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Hm. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Ah. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein interessiertes Holz-Kruzifix aus dem Kopf nachlassen. Ja, groß Scheiße. Ich will mich länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann. Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem Scheiß-Leichensack. Der will aufs Kreuz. Das ist ein Kreuz mit den Kreuzjägern. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate! Ich hänge hier irgendwie hoffentlich noch an der Wand. Okay, der letzte Sprung war nicht ganz zu kurz. Das beruhigt mich jetzt dann doch etwas. Aber ob ich jetzt in den Maschinenraum komme oder nicht, seht ihr in der nächsten Folge von Uncharted 4, A Thief's End. Bis dann und Tschüss! Bis dann. Es ist ein Kreuz!